Wie sie eng, gell? Jetzt geht der Spaß weiter. Ich seh noch nicht mal, wo ich die hinlegen muss. So muss ich wahrscheinlich da reinwerfen. Wahrscheinlich, ja. Stimmt, ja. Da war ja was. Gott, ey, das wird jetzt kacke. Everybody, welcome on board the fail train. Sind die auch noch beide gleichzeitig? Oh Junge. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So gut. Also ich weiß, ich bin ja eigentlich nicht besser. Deswegen sollte ich mir eigentlich das Lachen verkneifen, aber sah schon lustig aus. Ich bin amerikanisch und ich möchte eine Mauer bauen. So gut. Nach Mexiko. So the stupid Mexicans can't invade our great land again. So du babslack. Ist das dein Sch- Was? Ach der hat dich da hinten? Was? Scheißlacker. Das war gekonnt. Das war geplant. Ich kann mich sicher daran erinnern, jemand in dieser Höhle drin gewesen zu sein. Ich glaube, die habe ich damals... Bleibt der Scheiß jetzt aus? Geht da bitte schnell hin und fallen nicht runter. Ich glaube, die bleiben tatsächlich an. Oder aus, besser gesagt. Ich schalte an, die Flammen aus. Das ist alles wegen dem beschissenen Herzteil, ey. Nichts wie hier vor. Jetzt kannst du wieder durchatmen, ja? Du kannst hier keinen Weitsprung machen wie bei Mario, was weißt du? Was? Oh Mann, das geht ja wirklich nicht. Oh nein! Hier ist der Bosskampf. So, ab nach Obe. Wo war das Nächste hin? Guck mal, auf der Ferry Island. Da ist auch noch so ein Herzteil. Auf der Ferry Island? Da in der Mitte. Ja, da. Da ist sogar ein Warpunkt, gell? Ja, ab dem da. Wo ist mein Boot? Oh, der Geisterschiff ist da. Dein Boot ist, glaub ich, irgendwo da unten. Muss man gucken. Sieht schon geil aus. Hä? Man konnte so rausholen? Geh mal zu den Krügen da hinten. Ja. Das fand ich irgendwie interessant, was da ist. Irgendeinen Sinn muss das doch haben, dass... Äh, Bumerang, gell? Oh, das glaub ich. Oder? Die kannst du nicht kaputt machen, aber die Krüge kannst du damit kaputt machen. Was ist das denn in dem großen? Gelber Rubin. ispiele Simen. Mal mit, was ha 관련i hier. Swoop. So. Willi hier irgendein Minispiel machen, oderест? Komisch... Die Insel ist komisch... So, ab an Board! Ähm... Auf geht's mit tomorrow! Einmal muss das vorbei sein. Was war denn das? Welcher von den zwei? Der da. Der da? Nee, der da. Also unten rechts, links, oben. Ach, mich juckelt's. Unten rechts, links, oben. Kannst du mal die Tür zumachen? Mhm. Wir sind auf Bomb Island. Und das müsste dann Ferry Island sein. So, gut festhalten. Tobi hat eine Erleuchtung. Ist die da ein Handbord oder? Innenbord. Oder ist die irgendwo anders? Geh mal diese Dinger da weg mit deinem Wedel. Guckst du mich so an? Mit meinem Wedel. Wedel. Endstation. Effektive. Erstmal Hamburg sagt Tschüss. Und auch wieder. Das ist die perfekte Möglichkeit, um Staub zu entfernen. Klettern kann der Junge nicht, ne? Den brauchst du auch nicht. Nee, okay. Irgendwo soll ich denn jetzt da sein. Wahrscheinlich vergraben. Oder auf den Drei-Dinger-Star. Gehen wir, fangen wir zu den Drei-Dinger-Star. Drei-Dinger-Star? Ja, die Drei-Dinger-Star. Nicht da hingucken, da hingucken. Und ja. Wind ist falsch. Ach, wer braucht schon Wind? Ging die Melodie. Oben, links, rechts. Sicher, dass du ohne Kamera spielst? Also ich kann sie immer noch anmachen. Wenn du drauf bestehst. Ja, irgendeine Gruppe wahrscheinlich. Wie viele Gruppen hast du denn? So viele. Du weißt, dass du, wenn du hier hochkletterst, dann von den Kanonen da jeweils andere Türme sehr schön getroffen werden kannst. Wie sag ich sonst hoch? Weil die Kanonen abballern. Wir wollen grad sagen, hey, die schießen irgendwo hin, aber die treffen mich gar nicht. Ja, super. Karma. Tschüss. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts. Da hast du ne Kanone direkt an dieser Leiter dran, ne? Und dann ballert die dich eiskalt darunter. Come! Ach, Alter. Ich glaub, du musst hier alles töten. Ich glaub, du musst hier alles töten. Und ein Spawn vielleicht irgendwo was. Das kann nämlich nicht so sein. Tschüss. Es gab auch so ne Dreiergruppe von Türmen, da musste man mit dem Blatt rüberfliegen. Zu den anderen. Ich glaub nicht, dass das hier mit dem sein wird. Willst du nicht mal die Krüge aufmachen da? Aua! Guck mal, die eine Kanone ist kaputt gegangen dadurch. Hast du das Bild gesehen, wo Zelda sich bei Link beschwert, dass er dauernd alle Töpfe im Schloss und ums Schloss kaputt macht? Und sie fragt, warum tust du das? Und er so, das gibt Rubine. Und sie greift voll wütend in den Topf rein und sieht den Rubin einfach raus. Und er, Hexerreich! Ja, das Ding hat keine Leiter. Aha, dann musst du da rüberfliegen. Deswegen war dem seine Plattform auch ein bisschen niedriger als die von den anderen. Mhm. Und säust übrigens ehrlich ab, also. Gut. Die haben das schon irgendwie süher. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hallo! Hoi! Hoi! Oh. Der trägt keine Rettungsreste. Habe ich Rettungsreste gesagt? Ja. Ich meinte Rettungsreste. Das war eigentlich meine Absicht. Gut. Die großen Pötter würde ich immer kaputt machen. Ja, geil. Pfeile? Noch mehr Pfeile? Na, dann kannst du jetzt aufmalen. Dann kannst du Schnitzeljagd mit spielen. Geil. Hör dir eigentlich auf zu ballern, wenn ich... Jetzt würde ich den Wind noch richtig drehen und dann rüberflattern. Äh, hör dir eigentlich auf zu ballern, wenn ich die Matrosen obendrauf mit Fein- und Bogenplätte? Ich glaube nicht. Ja, der Wind ist ziemlich entgegen. War das überhaupt richtig? Ja. Also, ich glaube, ich habe zwei Truhen da drüben gesehen. Du glaubst. Mhm. Glauben heißt nichts wissen. Wo schießt der denn hin, bitte? Doch, nicht. Das ist so ein Fässer. Nein! Oh shit. Oh shit. Also, was vom Vorhalten haben die bisher noch nicht gehört. Nee. Au. Er hat getroffen. Nochmal, komm schon. Gesoffen vermutlich auch. Hast du eigentlich Metroid fertig geguckt? Nee, noch nicht. Hui. Nichts aber. Hä, warum ist die kaputt? Weil die oben in die Decke geschossen hatten, somit sich selbst. Nee, das weiß ich von dem anderen Tor wahrscheinlich. Lass dich nicht runterschmeißen jetzt von denen. Das ist doch einfach die normalen Eingriff. Nein. Ja, und jetzt? Ernsthaft? Nothing happens. Ach, die Fässer kaputt. Alles kaputt. Irgendwo durch dieses Herzteil im Meer kann ich nicht angehen. Also, es gibt auch noch ein paar andere Boote. Herzteil. Äh, ja. Ist es zu deinem Bildchen zurück? Nein. Andere Richtung. Das ist ein solider Beat. Wo ist mein Boat? Da ist mein Boat. Ah, der Wind. Ah, der Wind. Oh nee. Oh nee, ich werde abgetrieben. Oh nee. Oh, das war knapp. Ich werde abgetrieben. Oh nee, ich werde abgetrieben. Haha, sehr lustig. So, und fahrt hier. Ähm. Dann. Ja, keine Ahnung, wohin sonst. Ich glaube, wir müssen dann mal hochscrollen auf der Map da. Ja, und jetzt? Hier oben ist noch. Da gibt es die Pawprint Island. Dann nochmal zwei Herzteile. Wir sollten nur noch eins kriegen, oder? Ja, dann haben wir halt ein Herzmeer, ne? Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Dann gehen wir aber zum Six Eye Reef, oder? Weil da ist ein U-Boot. Ja, ich glaube, ich weiß bei der, wo das ist. Okay. Weil man da nämlich, wenn man das erste Mal da hinkommt, kann man da nicht rein. Und man vergisst das. Deswegen guckt man sich diese Teile nicht. Das war nämlich auch mit dieser Feuerinsel da. Man war nämlich... Ja, man kommt halt relativ früh schon zu der hin, aber man kommt da nicht rein. Und dann vergisst man, dass das da war. Wenn man sich denkt, da war man überall schon. Eigentlich müsste man auch extrem viel bei Terry einkaufen, damit wir die... Das ist nämlich auch eine Questreihe von dir, weil irgendwann kriegst du nämlich so einen komischen Schein. Aber ich glaube, es gibt noch eine zweite Stufe, wenn du genug Kundenpunkte gesammelt hast, oder? Gibt es irgendwas? Ja, Herzteil, Herzcontainer, irgendwie sowas. Das eine, das Ziel, irgendwie sowas ist, wäre dann Dragon Ball eingezeichnet. Was sagt denn, mein Akkustand? Genügend. Genügend ist bei dir wie viel? Irgendwas über 50. Eine Insel. Mit zwei Bergen und den Tiefen. Achso. Verdammt, falsches Theaterstück. Waren wir da nicht schon mal? Hier gibt es... Warte mal. So ist es jetzt... Hier gibt es zwei. Okay, ich weiß, wie man das eine kriegt. Und das andere habe ich eine Vermutung. So, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Komm, will der da nicht hochkatern? Weiß ich nicht. Sieht aus wie ein Frosch. Was hat das mit diesem Stein... Ja, der ist doch extra so gemacht, aber was hat das mit diesem Stein auf sich? Dass der immer so schreien muss. Ne, hier wird es ein bisschen schleimig jetzt. Das ist aber ein großer Felgen. Hey. Aha. Jo, falsche Truhe, würde ich mal sagen. Hm. Das hier sieht besser aus. Ja, das stimmt. Dafür musste ich aber nicht so aus dem Weg sprengen, die stand da einfach so rum. Ist das Sinn, dass wir nochmal anholen können? So, jetzt haben wir ein Herz mehr. Sehr gut. Okay. 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 Okay.